Wir geben den Startschuss für ein neues Zeitalter der Mobilität. Wir bei Audi nennen das Audi AI. Autos wie Elayne werden uns sogar Wünsche von den Lippen ablesen, bevor wir sie überhaupt geäußert haben. Der Audi Icon, das ist unsere Vision. Ein Auto, das nicht eine, sondern jede Verkehrssituation beherrscht. Das größte Sache, das ich noch nie gesehen habe. Es bringt das Zukunft in die Zukunft. Ich finde es cool, dass Audi schon so weit nach vorne denkt. Besonders der Technologie und der hohen Leistung, ich suche auch eine Art Drive-Assistent. Es ist eine Kombination von humane Intelligenz, Emotion und Technologie. Besonders für eine junge Generation. Ich muss meine Emotionen rocken. Man weiß gleich, man ist bei Audi. Aggressiv, bullig, maskulin, sportlich, jugendlich. Ich bin definitiv von alles über das Auto geblieben. Es ist unglaublich. Also Haptic 1A, toll, klasse. Ja, das ist ein sehr schönes Auto. Tolle Linie. Es ist ein schönes Auto. Es ist ein schönes Auto. Und es ist ein schönes Auto. Es ist ein cooles Auto. Es ist ein sehr guter Auto. Es ist eine gute Idee. Es sieht definitiv gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020